blau ist high end dann ist ein blu-ray und das da ist ein was ist denn bitte an dunkler strahl so blauer strahl so copyright blu-ray heißt einfach nur blauer strahl genauso wie laser online ja patrick ist noch online könnte ich muss niesen aber nicht gehört hat so ich brauche sand ganz kurz sand und ich brauche oder willst du eventuell hier überall gatter hin machen wie viel gatter brauchen wir denn jetzt weiß ich noch nicht ich muss das ding erst aufbauen kann ich dir sagen wir brauchen auf jeden fall noch holz das weiß ich ob das wirklich jetzt alles noch ja hab ich mir gedacht ja gut wir haben es nicht ich bin so dämlich ich bin so das dauert so ewig und das ist schon die schnellste geschwindigkeit boah der saugt aber ganz schön also ich brauche noch mehr pilsierende gatter oder je nachdem wie du es machen wenn du die herstellen willst alle bitte natürlich stell dich grad her wir brauchen sandstein okay muss man nur sagen wie viele ne das ist jetzt den sandstein jetzt kommen wir zu dem thema wie viele das wir brauchen ich brauche erstmal holz an der rohre so okay also den sandstein leiten wir weiter ich mache jetzt nochmal ein paar crafting automatische crafting dinger ja wenn ich genug holz hätte würde ich das machen dann so ich war kurz ruhig wir leiten den sandstein hier weiter aus sandstein kann man leben machen so viel ich weiß kann stein ja ich weiß bloß gerade nicht wie sandstein nein ich will nicht schreiben ich will wissen wofür man den benutzen kann genau wir brauchen vier sandstein und den mieten und den minimum stein um leben herzustellen pulsierendes kannst du mal 34 minimum steine herstellen soll ich noch als man muss das ja nicht ganz hoch machen dann machen ein spieler ist gerade ein bisschen fett geworden irgendwie nicht die türen auf der der hände sind sowieso so schwitzig kriegt irgendwie nie die so also ich verstehe nicht so also wir brauchen ich habe jetzt ein gerter dafür brauchen wir jetzt erst mal das trägerstein der trägerstein wird aus gold gemacht und reisen muss noch ein bisschen unser medium stein den habe ich schön dass du den hast wenn ich halt redstone herstellen muss oder eine ender perle dann redstone herstellen ja das ist mir neu ja eisen meine ich ja sicher so jetzt haben wir das da das natürlich das sein habe ich aus aus tja also ich bräuchte den medium stein gehört weil sonst kann ich nicht weitermachen dann komm dankeschön dann kann ich direkt hier weitermachen so schön wir haben heißen sechs medium steine ich mach grad mal drei zur not kann ich ja noch mehr herstellen wir müssen mal so eine rennstrecke bauen oder mit unseren laden wir noch mehr leute ein und machen ja damit jeder braucht eine quantumrüstung und dann machen wir wettrennen hier das wäre was aber das wäre wirklich was das wäre mal so ein event so dann können wir ein gewinnspiel machen wer gewinnt der gewinn kriegt 15 nicht weitermachen so die lehmkugeln leiten wir weiter in die nächste automatische werkbank die produziert uns dann aus lehmkugeln eine werkbank vielleicht müssen wir gerade mal lehmkugeln herstellen ich mach jetzt erstmal alles von jedem eine sache also alles immer einmal und dann gucken wir mal ob ich das alles in der reihenfolge also in so die baut uns jetzt aus lehmblöcken genau die baut jetzt lehmblöcke die lehmblöcke werden weitergeleitet in eine weitere automatische werkbank wer hätte es gedacht und dort wird aus den lehmblöcken aus aus diesen lehmblöcken also das muss man sich mal vor augen halten ein auge aus lehmblöcken machen wir jetzt das und das so ich habe jetzt alles muss mir nur sagen wie viel ich machen soll dann mache ich aber 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 wo ist mein eis wo ist mein gold wo ist mein geld wieso baut er die werkbank dahin mann ich brauche da für ein redstone da für ein redstone und da für ein redstone redstone lalala genau das ist das also das ist das das ist das und das ist das so dann ist das 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 alles zusammen ergibt dann das da aus medium stein und vier lehmblöcken können wir dann eisen herstellen und jetzt hat fängt es an mit den medium stein ein bisschen teuer zu werden aber gut die werden nicht eigentlich nicht viel nicht so schnell verbraucht haben wir hier schon gut du musst mir jetzt mal sagen wie viele von diesen dinger nicht brauche du kannst es gleich abzählen also 1 2 3 5 6 7 wie gesagt normale redstone engine denn es auch so ist egal ich werde es so machen acht stück na gut von mir aus acht stück oder noch mehr ich bin noch nicht fertig ach so 9 9 stück ok ich habe schon wieder kein essen willst mich verarschen ja das essen geht ja ich bin jetzt bei 9 2 3 4 5 6 7 8 ich bin jetzt bei 8 gut das ist jetzt die 9 9 so dann machen wir hier voll draus das ist jetzt die 10 jetzt brauche ich noch mal eine werkbank ganz kurz ich habe schon wieder kein essen willst du mich verarschen ja das essen gehe ich schnell herunter wieso haben wir noch nichts bekommen ich mach mal hier ne cobblestone ist an wieso kriegen wir keine cobblestone weil das ding anscheinend noch nicht durchgedrungen ist zum cobblestone ja doch ein bisschen ach so noch nicht ich glaube aber gerade dass der cobblestone vorher abgegriffen wird kann er nicht deswegen hättest du die abzweigung vorher machen sollen die abzweigung muss als erstes sein mit dem cobblestone ok du schießt das portal durch du mann du bist so dick du schießt tipp du musst die abzweigung dass der hier raus geht als erstes machen weil sonst gehen die cobblestone sofort weg weil die die können ja hier auch rein da geh auf die kiste ist doch schon offen nee geh auf du blöde bei mir ist die kiste offen ja jetzt ist er offen aber jetzt guter sein jetzt gehe ich aus da ist ein cobblestone zu du machst jetzt einfach so jetzt komm welche jetzt gehts durch was hast du jetzt gemacht nix naja bis jetzt kommen noch keine ist doch scheißegal wir wollen das aber so machen dass es funktioniert und so wie du es jetzt baust gehts nicht dann mach ja dann muss ich aber ein gister ne kann ich nicht ich mach inzwischen mein zeug weiter hier ist noch zinn im ofen warum auch immer verstehe ich mich aber gut ich glaube es war noch mehr warum ist hier keine lava drin so ich muss jetzt den item tesseract wie kann ich ihn kaputt machen jemand drin den item tesseract ja den kannst du einfach abbauen nein gut ah gut oh ja ne jetzt geht nein 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 so es ist jetzt glaube ich in der kiste ein bisschen erde das macht ja nicht ja ja so jetzt sollte das alles da rüber kommen okay ich brauche Holz ich brauche noch die Wege ja ich bin durch die Wege ist logisch ja wieso kriege ich jetzt da einen Schaden ey dieses Spiel ganz ehrlich ich wir müssen unbedingt gucken dass wir das in griff kriegen bei dir ja wenn ich da muss ich mir einen neuen together partner suchen ja wenn bei dir es nicht mehr geht was soll ich denn machen dann brechen wir viele piste ab und spiel nur noch normal da ist er da ist er da ist er ich renne da hinten hin bin schon fast beim Ohr von Ding bin ich wieder hinten das ist doch waren das jetzt alle ähm Moment eins ne gut du musst noch eine eins eins zwei vier fünf sechs sieben acht neun zehn elf jetzt kommen wir zum finalen schritt die elf also also brauchen elf von denen hast du jetzt die Diamantpipe gemacht dass alles reinkommt ja elf von denen brauche ich also so und jetzt machen wir aus dem Minium Stein und vier Goldbarren einen Diamanten und den Diamanten den lassen wir dann abtransportieren hier in die Kiste fertig okay so vier fünf sechs sieben acht neun zehn elf zehn okay also ja das Portal zum Ding ist jetzt hier drüben hinten also vier Stück von denen hier 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 ist grad belegt hier ist grad belegt hier ist grad belegt hier ist der Stein ich hab gesagt das Portal ist jetzt hinten ne ja das ist egal wo ist denn jetzt der Minium Stone im Rausch ich hab nicht gegraten und ich komm wieder ich nehm mir einfach den der hier drin liegt der ist noch nicht angebrochen aber das ist doch scheißegal ich muss nur vier von denen hier machen der ist so ein Ding so ein Minium Stein hat ja glaube ich 1150 Rezepte 1520 Rezepte und dann brauchen wir neun also so schnell verbraucht sich das nicht ich kann mich gar so also jetzt ich hasse es so fünf also haben wir jetzt zwei zwei drei vier vier fünf sechs sieben acht neun zehn elf zwölf gut sind fünf dann haben wir die jetzt brauche ich noch zehn von denen also brauche ich auch dieses eine Redstone nicht plus halt zehn Redstone ne so ein Redstone fehlt und die ein ne 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 ne